Okay, rotierende Magnete. Mann, die sind aber rotierend. Was wollt ihr gegen Turtok machen? Nichts. Ja, Trottel. Flauschi! Bist du's? Oh Gott, das ist wütend. Du bist nicht, Flauschi. Flauschi war nicht so wütend wie du. Gott, hätte ich gern das Victini. Das wäre super. Das ist Victini. Nein, das ist Victini. Okay, gut. Hi Pikachu, wie geht's dir? Pika-chu. Ja, nett. Das finde ich ein bisschen unfair. Finde ich echt so ein ganz, ganz kleines bisschen uncool. Ich bin natürlich auf Platz 1. Oh, ich bin so gut. Ihr seid alle scheiße. Oh Gott, der erste Bosskampf. Oh nein! Yay, ich war der Beste. Ich bin Elevoltec. Yay! Katjuri-Samen. Hehe, Samen. Oh Junge, hier sind Magnete. Gameplay-Elemente. Wow! Im letzten Part ist irgendwas passiert. Und in diesem Part passiert auch wieder viele, viele Dinge. Es ist sogar schiefgegangen, aber ich hab mir gedacht, ich hab gerade so viel Poké-Dollar zum Wegwerfen, dann kann ich mich einfach wiederbeleben. Also, haha, bitte. Riesen-Bessi. Hi! Wie geht's dir? Du kommst wohl frisch von Kornel. Stirb. Hahaha. Wie gefällt dir das, Kornel? Hä? Hahaha. Auf Leben. Spendet sie an, euer Leben. Hört ihr's auch? Hört ihr das? Final Fantasy 12? Nein? Niemand? Ach, ihr mich auch. Ihr mich auch. Und ein kleines Flausch. Leck mich, Flausch. Kategorie Vulkan. Oh nein, ein Vulkan. Hilfe. Hab ich das jetzt echt verkackt? Äh. Das war gut. Ach, bitte, Brutalander. Bitte, als ob du irgendwas gegen mich machen könntest. Hahaha. Du bestimmt nicht. Ihr könntet übrigens auch ein bisschen Geld für mich einsammeln. Dankeschön. Für nichts.